herzlich willkommen zurück leute zu einer neuen folge von concrete genie wir haben in der letzten folge einige jins neu geschaffen und das licht in dieser stadt oder beim hafen wieder hergestellt wie man sieht leuchtet ist jetzt gerade so schön und unsere werten sind halt hier überall und erfreuen sich natürlich dass hier alles brennt ich muss jetzt natürlich weitere seiten finden und alles erleuchten und das kriegen wir am besten hin indem wir natürlich irgendwo was anfangen zu malen so und da ja natürlich das am besten so dass wir erst mal das licht anmachen perfekt versuche mit dem vorderen teil des controllers dorthin zu zeigen wo du den zeiger haben willst das weiß ich doch selber auch was haben wir denn hier zeitungsartikel ich glaube der komischste tag war als mama gemerkt hat dass man hier nirgends mehr milch kaufen kann okay man kann also auch zeitungsartikel finden ist wohl schon eine weile her dass hier fische waren mal sehen tut mir leid krabbe was ist das da drüben hier schwebt etwas bestimmtes vor ist es nicht und den rest habe ich nun gar nicht kann ja gar nicht machen war ich da wahrscheinlich noch die gegenstände wo ich gerade sage brauche solange ich nicht dieses zeug beseitige kann ich hier nichts machen na kommt die seite jetzt zu mir angeflogen jo ich weiß was du möchtest aber ich kann es halt noch nicht machen interessante kombination mal sehen was da geht mir fehlt halt noch das nötige wissen dafür warte mal erst mal mich umsehen und dann kann man ja mal gucken das ist noch eine seite da den mund den haben wir schon mal so warte mal aber das habe ich halt noch nicht oder doch so das was du wolltest ich habe wohl lichter übersehen denn für lichter ach so da brauche ich aber erst mal ich habe keine super farbe mehr okay mal gucken was kann ich denn da jetzt machen okay okay ha ha hat der kann auch schlafen du weißt was du willst okay der mund ich habe wohl ein zwei lichter übersehen was denn für lichter ich verstehe nicht was du willst von mir mein freund also das habe ich auch angemacht meint er das hier vielleicht der ist auch noch lichter was ich anmachen muss oh wir haben eine weitere zone erst mal abgeschlossen schön und es wird wieder etwas heller hier cool da brauche ich strom hallo kann er mir folgen hey hier bin ich ich glaube der kann hier gar nicht lang dieses alte schild könnte etwas farbe vertragen danke meine freunde das ist aber schön okay und jetzt kann ich höher klettern oder so das leuchtet auch alles die entwürfe müssen perfekt passen passt perfekt ach das ist damit gemeint ich muss es wohl genau anpassen viel besser sieht aus als müsste ich mich an das vorhandene anpassen so passt perfekt und jetzt nur noch die sterne und dann okay das hat nicht geklappt ich muss es wohl genau anpassen sieht aus als müsste ich mich an das vorhandene anpassen mach ich doch alter willst du mich jetzt gerade verarschen willst du mich jetzt gerade rollen oder was okay das hat nicht geklappt ja was denn aber was ich verstehe es nicht Leute das geht nicht in meinen Schädel rein was mache ich denn hier falsch der Mond ist richtig da sind keine Wolken da ist nicht eines dieser Kreaturen sondern das hier sieht aus als müsste ich mich an das vorhandene anpassen ich muss es wohl genau anpassen ey alter was soll ich denn noch machen wie soll ich das noch genauer machen sieht aus als müsste ich mich an das vorhandene anpassen okay das hat nicht geklappt ich verstehe es nicht ey ich muss es wohl genau anpassen ich mach es doch vielleicht kannst du das früher oder später auch aber das war jetzt gerade abartig also ne finde ich nicht geil sorry Kumpel der Mond ist nicht aus Käse oh da geht es weiter oh du willst spielen schauen wir mal was so läuft okay das reicht für heute Kumpel ja man muss auch mit seinen äh Freunden übrigens spielen weil ansonsten kann es sein dass die uns sonst nicht mehr so viel Superfarbe geben eine Sonne kommt sofort okay dann werde ich mich mal nochmal umsehen weiß ja nicht was er da macht hm das hat was ah okay verstehe so warte mal ich hab gespielt ich hab das gemacht ich hab das hier wieder verschlossen was ist das denn ah eine Seite komm her neuer Schwanz das ist super ähm ich muss aber erst mal den Strom aktivieren das heißt also erst mal muss ich überprüfen ach so ich bin hier stimmt ach okay das müssten wir machen damit er jetzt hier drüber kann verstehe also er braucht erst mal erst mal Gras und dann Totems oh 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 aha das kriege ich hin das kriege ich hin gemacht da ist noch eine Seite aufzeichnung aktualisiert da ist noch eine Seite das wird doch noch besser einen Bogen um sie okay warte mal erst mal das alles einsammeln und dann hä hä ich muss leise sein leide ich da auf jeden Fall noch eine Seite rum kann sein warum kann ich die nicht rufen warum kann ich die denn nicht rufen wann geht denn das nicht das verstehe ich nicht dann kann ich auch wahrscheinlich das Licht anmachen oder haben die denn nichts besseres zu tun das verstehe ich auch nicht vielleicht muss ich sie ablenken hier ist noch mal eine Seite die ich mir schnappe die ich mir schnappe okay das ist cool und hier brauche ich super Farbe das war jetzt wieder so das Problem ist es muss halt sau schnell gehen das ist ja nicht so schlimm was haben wir denn hier eigentlich das ist neu cool das sieht mal mega lustig aus aber so kann man das natürlich auch erst mal beleben ne so warte mal da muss ich auch noch Licht einschalten kann ich den irgendwie weglocken oder so weil so ganz verstehen tue ich es noch nicht so jetzt hole ich mir schnell die Seite oder was es war he he jetzt habe ich erstmal das gemacht und jetzt werde ich mal versuchen auch noch das Licht einzuschalten okay da oben muss ich auch noch hören so warte mal was ist das denn ich hab dich gefunden ah ne Seite hey hier drüben die vermiesen echt alles her mit der super Farbe oh diese Bäume werden hier toll aussehen er will noch einen Baum haben schön wenn es funktioniert supi dupi so warte mal da hat mir gerade erst im Wasser gefallen wo muss ich denn jetzt als nächstes hin warte mal hier sind sie alle weg da oben muss ich hin und dann müsste das hoffentlich auch etwas besser funktionen dupeln okay okay so warte mal das ist halt man eigentlich so warte mal was sind das denn eigentlich keine super Farbe mehr geil so muss es sein warte mal gibt es da noch irgendwas schön so musert so warte mal kann ich noch hören ne ne vielleicht können sie mir jetzt helfen können die jetzt hier hin oder nicht hallo meine freunde also irgendwo ist hier noch ein fehler drin ich weiß nicht ob jetzt einer meiner ist oder schon wieder aber da unten mal erstmal nichts ich brauche super farbe das heißt also ich muss die mal kurz hier her lotsen fehlt aus wie wir alle auf einem hauch rumstehen sterne kein problem er wünscht sie auch gott die wünschen sie alle was anderes so warte mal wo muss ich ihn jetzt als nächstes hin hier hinten vielleicht da ist auch noch eine seite das ist natürlich super nice gerade und da können wir einen neuen djinn machen cool diese gegend ist fertig was kommt jetzt das weiß ich auch nicht das kommt rein so Das kommt doch schön. Okay, warte mal. Ähm. Könnte ich jetzt hier hochkraxeln? Ja, ne? Was war denn da? Ah ne, ich komme ja bestimmt nicht rüber. Und deswegen brauche ich wahrscheinlich einen neuen. Frag mich, wer das wohl ist. Oh. Ja, oh. Okay, da sah ein bisschen komisch aus. Machen wir einmal nochmal. Sollte passen. Genau. Perfekt. Mal schauen, wie das aussieht. Interessant. Ja. So, das habe ich. Das habe ich. Was ist das hier? Okay, und jetzt können wir uns zum Leben erwecken. Hallo. Ich bin Ash. Komm hier. Boah, das ist einfach so genial. Aber da brauchen wir, glaube ich, mehr Hilfe, oder? Ach so, der will mitfahren. Muss ich das vielleicht noch anheben, oder so? So, warte mal. Jetzt rück mal kurz da rauf. Zone 1, Zone 2. Okay. Wie die alle aussehen. Guckt euch das an, ey. Oh, geil. Ach, da sind sie wieder. So, warte mal. Kann ich jetzt vielleicht... Ah. Hilfst du mir? Kommt da gar nicht hoch. Warum? Ach so. Sorry. Halt nicht gesehen, mein Freund. Das könnte glatt, wie gesagt, aus Dreams sein. Das haben wir ja schon zweimal, oder mehr als zweimal erwähnt. Im Übrigen wurde das Spiel mit der Unreal Engine 4 entwickelt. Kannst du mir kurz helfen? Ah, hier ist er. So, er braucht erst mal... Erst mal das hier. Und nur einen Mond. Und? Was meinst du? Das reicht ihm schon. Interessant. Interessant. Danke. das ist total genial leute hier bin ich kommt hier meine freunde hier müssen wir noch eine menge zeug machen leute was was Lasst uns abhauen. Das bringt doch nichts. Wir sehen uns, Freak! Boah, der Pinsel hat echt eine gewaltige Kraft, ne? Vielleicht sind sie deshalb so fies. Das macht es aber auch nicht besser. Das stimmt leider. So, Leute, ich würde mal sagen, dass wir bei der nächsten Folge dann hier auch weitermachen. Wir haben noch einiges, ja, auf jeden Fall hier zu beheben. Ich weiß aber nicht, ob das das Gesamte ist oder ob es hier noch mehr gibt. Weil sonst wäre das Spiel ein bisschen kurz. Es hat mich aber wie immer natürlich sehr gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns auch bei der nächsten Folge wieder. Bis dann, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was auch immer gerade bei euch sein sollte. Bis denn und tschüss! Das war's.